Berlin, 26. Februar 1920. Im Marmorhaus auf dem Kurfürstendamm wird ein neuer Stummfilm vorgestellt. Das Kabinett des Dr. Caligari. Die fantastische Erzählung um den dämonischen Dr. Caligari ist eine Sensation. Publikum und Kritiker sind geschockt und elektrisiert zugleich. Naja, das ist halt der erste Psychothriller überhaupt. In ihm spiegeln sich Schrecken und Wahnsinn des Ersten Weltkriegs. Was ist das bloß für eine Zeit? Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Und das gilt natürlich auch für die Kunst. Plötzlich entstehen Kunstwerke einer neuen Art. Sie sind reproduzierbar, für die Massen gemacht. Das neue Medium Film verbindet die expressionistische Weltanschauung mit der Psychoanalyse und der mystischen Geisterwelt der Romantik. Der Film macht erst gar nicht den Versuch, die Wirklichkeit nachzuahmen. Wir sehen ein künstliches Weltbild voller verfremdeter Kulissen und ungewöhnlichen Kameraeinstellungen. Exzessive Maske, übertriebenes Agieren, die Montage der Bildkomposition. Alles, was wir wahrnehmen, fühlt sich an wie aus dem Gleichgewicht geraten. Der Film wird zum Schlüsselwerk einer ganzen Epoche. Werner Kraus spielt den Direktor einer Irrenanstalt, der aber ein Doppelleben führt. In einer zweiten Existenz zieht er als Dr. Caligari mit dem Somnabulen Cesare über die Jahrmärkte und benutzt ihn, um schreckliche Verbrechen zu begehen. Mit den Filmen der Weimarer Republik habe ich mich schon in den 70er Jahren beschäftigt. Damals habe ich mit meinen Musikerfreunden in Düsseldorf Fritz Langs Metropolis in Musik übersetzt. Und dabei bin ich natürlich auch auf das Kabinett des Dr. Caligari gestoßen. Ich glaube, das Geheimnis des Films sind die unterschiedlichen Menschen, die daran gearbeitet haben. Es war einfach eine großartige Begegnung von Kreativität. Und das erinnert mich auch ein wenig an unsere glücklichen Jahre im Klinklangstudium. Ich habe mir den Caligari wirklich unzählige Male angeschaut und mir dabei vorgestellt, welche Musik dazu passen könnte. Das Kabinett des Dr. Caligari ist ein Produkt des 20. Jahrhunderts. Seine Handlung spielt jedoch im 19. Jahrhundert. Und in einer Rückblende wird eine Geschichte aus dem 18. Jahrhundert erzählt. Also zu Lebzeiten von Johann Sebastian Bach. Damals war die Notenschrift schon recht weit entwickelt. Es gab die temperierte Stimmung und den Quintenzirkel. Mit diesen Voraussetzungen erschuf Bach das Fundament unserer heutigen Musik. Und schon bin ich beim Sinfonieorchester. Denn was könnte die drei Zeiträume besser miteinander verbinden als dieser traditionelle Klangkörper? Ich habe dann die Musik am Klavier komponiert und die Partitur geschrieben. Aber natürlich wollte ich mein imaginäres Orchester auch hören. Und hier kommt mein Partner, Toningenieur Matthias Black ins Spiel. Im elektronischen Studio haben wir den Klang der Instrumente modelliert und unser Filmorchester lebendig werden lassen. und der Filmorchester stelle ich mich in die Tradition der klassischen Musik. Von Bach bis Tiefreich. Populäre Musik und elektroakustische Musik in Begriffen. Denn eigentlich geht es ja nicht um alte oder neue Musik, sondern um Musik, die früher oder später komponiert wurde. Irgendwann ist mir diese Ausgabe des Filmchorea in die Hände gefallen. Darin wird berichtet, wie laut es wird der Dreharbeiten in Weißensee war. Diese Stimmen, Geräusche und Klänge vom Set hätte ich wirklich gerne gehört. Also habe ich die damals erzeugten Sounds rekonstruiert und sie mit ihren ursprünglichen Quellen verknüpft. Die Stimmen, Geräusche und Klänge vom Set, Matthias und ich haben dabei keine naturalistische Klangkulisse im Kopf. Wir folgen einfach unserer künstlerischen Empfindung. Wir stellen uns vor, dass der Protagonist Francis seine Traumwelt mit Kaleidoskoprohren wahrnimmt. In diesem auditiven Gesamtkonzept verschmelzen Musik, Sprache und Geräusche zu einem organischen Ganzen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Vordergründig handelt die Geschichte von der Suche nach der Wahrheit. Am Ende stellen wir allerdings überrascht fest, dass es viel mehr um das Verschwinden der Wirklichkeit geht. So haben es die Menschen 1920 empfunden und genau so empfinden wir heute wieder. Und deshalb denke ich, hat uns das Kabinett des Dr. Caligari auch nach 100 Jahren immer noch etwas zu sagen. Am Ende des Dr. Caligari auch nach 100 Jahren immer noch etwas zu sagen. Am Ende des Dr. Caligari auch nach 100 Jahren immer noch etwas zu sagen. Der Dr. Caligari auch nach 100 Jahren immer noch etwas zu sagen. Am Ende des Dr. Caligari auch nach 100 Jahren immer noch etwas zu sagen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020